Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Train Valley und damit herzlich willkommen im zweiten Video zu dieser Serie. Wir gucken uns heute mal das finale Level aus dem ersten Teilabschnitt an und zwar die Karte Österreich-Ungarn und schlüpfen da auch direkt mal in das Szenario hinein. Es wird wahrscheinlich das schwierigste Szenario werden, nehme ich mal an, wenn ich zumindest die Position hier in der Kampagne sehe, dann dürfte das das Letzte sein, was uns hier noch bevorsteht. Und wir starten wieder, bauen uns erstmal unsere Schienen von Startbahnhof zu Zielbahnhof, legen am besten hier mal direkt die Schiene gleich raus und hier unten direkt an den anderen Bahnhof dran. Dann müssten wir auf jeden Fall noch Orange anbinden. Da ziehen wir uns, ja wir ziehen das mal auf den kürzesten Weg. Das geht dann jetzt zwar hier direkt durch das Haus hindurch, aber das passt schon. So, einmal nach da oben und einmal nach da unten. Da kommt schon ein Zug, der nach Bahnhof Orange möchte oder in den Bahnhof Orange fahren möchte. Wir legen die Weichen so zurecht. Da kommt die nächste Fahreranfrage und der Zug darf abfahren in 3, 2, 1. So, und ganz wichtig, immer ein Auge hier oben auf das Ingame-Spielgeld haben, dass wir da nicht pleite gehen, denn wir können das Spiel nur verlieren, indem wir pleite gehen, was natürlich durch zu viele Schienen zustande kommen kann. Also zu viele Schienen, die wir gebaut haben, zu viele Schienen, die wir erneuern mussten, beziehungsweise aber auch durch Züge, die man eben hat entgleisen lassen und die dann natürlich auch Kosten verursachen. So, da kommt der nächste Zug für Orange. Der ist schon angemeldet. Ich überlege gerade, ob wir das... Oh, ne, 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 das wird sehr toll, wenn wir da durchziehen. Da haben wir verloren. Das wollen wir nicht. Wahrscheinlich ist die Ruine hier als, ich sag mal, besonderes Gebiet gekennzeichnet. Da wird sich dann das Bauamt beschweren und höhere Kosten verlangen. So, da hat man sich gerade noch so ein Silo in die Schiene eigentlich reingebaut. So, dann geht es hier mal nach oben. Wir machen das einfach mal so. Zack. Dann, na genau. Der Zug will natürlich ausgerechnet zum Bahnhof Grün. Darf er auch. Hier drüben schicken wir schon mal den anderen Zug los. Der kann hier auf diese Reise gehen und den Zug für Rot oder vom Bahnhof Blau zu Bahnhof Rot, den schicken wir los, sobald der Zug hier oben auf der weichen Trasse ist. Und los geht's. So, vom Bahnhof Grün möchte ein Zug zum Bahnhof Blau. Das ist die längste Tour, die wir hier wahrscheinlich mit unternehmen können. So, der fährt seine Tour, der fährt seine Tour. Alles wunderbar. Und die restlichen Weichen werden aufgeschnitten. Alles ohne Probleme. So, wieso dieses Feld jetzt hier allerdings rot markiert ist, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass es keine Nachteile für uns bringt. So, wir warten mal mit dem Zug, bis der hier oben ungefähr auf den weichen ist. Wobei, den müssten wir... Doch, jetzt können wir schon los schicken. Das dürfte kein Problem sein. So, ein Zug möchte zu Orange. Den können wir ohne Probleme fahren lassen. Da oben möchte natürlich ausgerechnet wieder einmal zu Grün fahren. Also bis jetzt läuft das doch eigentlich ganz flüssig. Ohne jetzt den Tag vor dem Abend loben zu wollen, würde ich mal meinen, dass es noch nicht so schwierig aussieht. So, das passt doch. Da können wir direkt an beiden Bahnhöfen die Züge wieder ablassen. So, Rot fährt los und Orange fährt los. Also der Zug zum Bahnhof Rot fährt los und der Zug zum Bahnhof Grün aus dem Bahnhof Orange, um es genauer zu machen. Den können wir dann direkt hinterher schicken, den zu Blau. Man wird gleich unten nochmal was aufploppen, nehme ich an. So, direkt hinterher. Ich sage, Weiche ist gestellt. Weiche ist gestellt. Wunderbärchen. Dann Einzug für Grün. Ich hätte jetzt gesagt, ziehen wir einfach die Trasse da durch. Aber wie gesagt, ich möchte nicht durch diese teurere Ruine hindurch. Das kann uns unser Spielerlebnis kosten. Und unseren Hals als Manager in dem Spiel. So, einmal zu Orange. Der darf auch los. Das ist wunderbar. Bisher ist es noch nicht so komplex. Wir haben nur vier Bahnhöfe. Die Züge sind überschaubar und wenn man vom Teufel spricht, wird es natürlich auch gleich der fünfte Bahnhof. So, wir ziehen direkt von hier oben runter. Da rein. So, du willst zu Orange fahren. So, einmal schön im Halbkreis. Dann wird ein Zug zu Rot. Zack, zack und zack. Das Spiel ist auch ziemlich schön, um runterzukommen. Man hat nicht so eine Hektik da drin. Klar, es kann schwierig werden. Das weiß ich nur zu gut aus dem Spiel. Dann wird es auch noch etwas hektischer. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ein sehr ruhiges Spiel, bei dem man jetzt nicht sonderlich aufdrehen muss, sag ich mal. So, der wird zu Orange. Der darf dann gleich raus, wenn hier oben unser Zug zu blau durchgefahren ist und natürlich der Grüne im Bahnhof Grün angekommen ist. So, der kann man auf seine Weise losschicken, weil der Zug ist so schnell. Der brauchst mit den drei Holzwagen da ganz fix durch. Und ich mutmaße mal, dass dann hier oben der nächste Bahnhof aufploppt. So, und jetzt so Angst, bitte. Immer schön die Augen offen halten, wo welche Züge hinfahren. Bingo und Bingo. So, einmal zu Purple hoch, zu Lila. Weichen sind gestellt und der Zug kann abfahren. So, dann macht's wieder Bingo. Schicken wir los. Geht geradeaus im geraden Strang. Dann möchte ich hier etwas zu Lila hoch. Können wir auch gleich machen. Das ist wunderbar. Noch liegen all die Züge von den Bahnhöfen her dicht beieinander. Oh, das könnte ein bisschen zu früh gewesen sein. Ne, es passt noch. Es passt. Es ist knapp, aber es passt. So, der Trudel da rein. Dann einmal zu Grün. Wo ist Grün? Da unten ist Grün. Ja, die waren jetzt alle schon so kurz vor ihren Bahnhöfen. Da wäre es egal gewesen, wo der Zug hätte langfahren wollen. Die kommen da alle ohne Probleme an. So, Orange. Können wir direkt losschicken. Ist kein Problem. Zack. Und auf geht's. So, möchte zu Rot. Kann dann auf demselben Weg wieder zurückfahren. Auch kein Problem. Man muss halt immer so ein bisschen vorausschauend denken hier. Gucken, ob irgendwelche Züge unterwegs sind, die den Fahrplan oder die Trasse des anderen Zugs queren könnten. So, der Zug wäre durch. Ja, dann möchten wir einmal hier oben lang. Zack. So, Einzug zu Rot. Den können wir, genau. Den können wir jetzt mal hier oben lang schicken. Über den neuen Fahrweg. Dann ein Zug zu Blau. Der geht auf Kollisionskurs und den schicken wir los. Oh, das könnte. Ne, das schaffen wir. Oh mein Gott, das ist ein langer Zug. Es ist ein langer Zug. Das wird nichts. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so knapp. Das machen wir bitte nicht wieder. Das hätte uns beinahe Kopf und Kragen gekostet. So, wir schicken den und schicken den. So, dann haben wir einmal Lila. Da möchte was zu Blau. Wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Wieso habe ich den Zug schon losgeschickt? Ich bereue es jetzt schon. Bitte lass es einen kurzen Zug sein. Bitte. Bitte. Aber egal, wie viele Wagen da dran sind. Ob das 3 sind, ob das 4 sind. Nur nicht 5. Okay. Das klappt. Oh nein. Falsche Station. Der sollte eigentlich hier oben durch den Abzweig durch und dann, naja gut. Über das Gleisdreieck. Aber will nicht. Kommt da wieder raus. So. Dann einmal die Verbindung da durch. Hier haben wir noch genug Geld. Alles gut. Zack. Zack. Ähm. Orange. Möchte zu Rot. Darf zu Rot verkehren. Hier unten möchte ein Zug dann zu Gelb. Gelb ist da oben. leuchtet was dann zu Grün. Jetzt wird es schon wieder voller auf der Schiene. Keine verkehren. Der kommt an. Der da unten darf nur auf keinen Fall losfahren. Was ist denn das hier unten für eine Anzeige eigentlich rechts im Bild? Da geht irgendwas in den roten Bereich. Ach. Dann kommen immer neue Züge. Alles klar. Die werden dann eingesetzt. So. Ein Zug zu Gelb. Ne, ne, ne. So, so. Da haben wir uns hier oben eine kleine Sandweiche mit eingebaut. So. Lila. Schicken wir los. Ah. Da kommen jetzt wieder die größeren Züge. Wenn ich das Horn schon von dem Zug höre. So. Und da oben möchte ich noch was zu Orange fahren. Das geht wieder oben entlang. Dass wir hier, ja, die Züge nicht alle kreuz und quer schicken. Sondern dass wir immer so ein bisschen ein System drin haben. Dass sie alle in einem, naja, Richtungssinn fahren. Weil wenn wir die auf diesem Ring hier gegeneinander losschicken, dann könnte es halt schwierig werden. Und wenn sie hintereinander fahren, dann haben wir den Vorteil. Ah, wieso? Ach, da lässt sich wieder ein Zug selbst ab. Den haben wir übersehen. So. Orange können wir gleich hinterher schicken. Geht zu Gelb. Lila. Ne, Lila schicken wir auf. Schicken wir mal noch nicht los. Der Lila kann aber schon los. So. Und der andere Lila bekommt dann hier gleich seine Trasse gestellt. Und darf hinterher. Blau lassen wir ab. Fährt da oben rein. So. Den lassen wir auch los. Der sucht sich bitte seine Trasse auch zur Lila. Der hat sein Fahrwerk da rein. Rot gibt es dann noch. Wo war Rot? Rot war da unten. Trasse ist gelegt. Die eine Weichenverbindung machen wir uns gleich noch zurecht. Der Zug fährt auch an sein Ziel. Wir haben einen Zug, der zu grün möchte. Das ist ein kurzer Fahrwerk. Der wird sofort eingelassen. Und wir haben dann noch einmal Lila im Angebot. Und Lila möchte natürlich dann den Fahrwerk hier über die Schleife nehmen. Können wir ablassen. Zack. Weiche umstellen. Weiche umstellen. Die stellen. Die stellen. Die stellen. Gerade, gerade, gerade. Und zweimal auf Abzweig. Supi. Dann geht es weiter zu Gelb. Zu Gelb können wir... Ja komm. Den lassen wir ab. Und zwar jetzt. Fahren wir oben rum. So, die Weiche wird aufgeschnitten. Dann möchte hier was zu grün. Grün darf auch schon abfahren. Zack, 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 zack. Der Fahrwerk stimmt. Der kommt bei Gelb an. Sehr gut. Die Weiche wird noch umgelegt. Und dann kommt der hier unten hinein. So, zu Rot. Den lassen wir ab. Der Zug fährt dem anderen entgegen. Die Trasse ist jetzt frei. Fahrweg ist gestellt. Brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Dann einmal zu Purple hoch. Macht der so, macht der so. Und dann haben wir hier einen Zug zu Gelb. Den können wir direkt hinterher schicken. Dann lassen wir den ab. Ach, das war jetzt... Okay, das war jetzt ungünstig gewählt. Aber dann können wir den wirklich ablassen. Der muss zu Gelb. Da müssen wir jetzt gleich mal gegen den Uhrzeigersinn fahren. War eigentlich so nicht geplant. Gerade auf oben, auf oben. So. Auch die soll auf einen abzweigenden Strang gestellt werden. Der Zug kommt bei Blau rein. Der Zug kommt bei Gelb oben an. Einen Zug für Grün. Können wir gleich hinterher lassen. So, dann haben wir da unten rechts dann etwas, was zu Orange möchte. Orange geht schon mal los. Genau, der ist in der Zwischenzeit unten angekommen. Wenn das passt. Drüben müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Weil das ist jetzt wieder ein schneller Zug. Das siehst du an der Lokmotive. Und das hörst du auch, wenn die im Bahnhof losfährt. Die hat nämlich eine andere Pfeife. Und einen anderen Horn-Ton. Im Gegensatz zu den... Zu der Lokmotive, die jetzt gestattet ist. Die macht halt so... Du tut. Und die andere macht so einen... Naja, anderen Ton halt, ne? Manchmal passt auch. Keine Konflikte auf der Strecke. Und dann möchte da etwas zu Rot fahren. Rot können wir direkt auf dem Weg dann hindurch lassen. Bis jetzt sehe ich keine weiteren Züge, die hier angekündigt werden. Wenn wir Glück haben... Könnte das... Ja, das könnte der letzte Zug dieses Szenarios sein. Und damit hätten wir dann wahrscheinlich auch die erste Kampagne abgeschlossen. Worüber ich ehrlich gesagt sehr froh bin. Es hat unglaublich viel Spaß schon bisher gemacht. Und wir werden dann auch noch direkt in die nächste Kampagne hinein starten. Ich würde sagen, in ein Szenario können wir auf jeden Fall schon mal hineinlunzen. Und wenn das schnell gehen sollte, dann machen wir vielleicht auch noch ein zweites hinterher. Je nachdem. Perfekt. Mission erfolgreich. Und dann einmal auf Abschließen bitte. Zack. Der letzte Stempel kommt rein. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch direkt mal auf den anderen Kontinent hinüber. Einmal nach Amerika. Und da geht's dann schon direkt los. Goldrausch. Expertenziele. Verdiene mindestens 70.000 US-amerikanische Dollar. Bewahre Objekte im Gesamtwert von mindestens 5.000 Dollar vor der Zerstörung. Und setze mindestens vier zusätzliche Züge ein. Also wir müssen uns hauptsächlich auf diese vier zusätzlichen Züge konzentrieren. Weil bewahre Objekte im Gesamtwert von mindestens 5.000 Dollar vor der Zerstörung. Das sollten wir durch die Trassierung sowieso irgendwie hinbekommen. Also da gucken wir einmal drauf. Und das, naja, den Verdienst, den können wir sowieso nicht direkt beeinflussen. Lediglich eben durch eine gute, ja, Führung. So, wir möchten einmal da hin. Dann machen wir das so. So. Zack. Und dann geht's einmal hier rum. So, dann geht's einmal hier rum. Zack, zack, zack. Dann haben wir den Bahnhof schon mal angebunden. Äh, wir könnten jetzt sagen, dass wir direkt durch den Wald hindurch gehen. Naja, das ist semi-optimal. Machen wir das mal so. Genau. Und dann gehen wir einmal hier rein. Und einmal hier rein. So, perfekt. Erster Zug ist angekündigt. Lassen wir direkt ab. Der Zug möchte dann zu Grün rüber. Wir können hier eigentlich schon mal... Hier, zack, 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 zack. Das kostet uns das 8.000. Ist verkraftbar. So, Zug zu Grün. Er wird losgelassen. Dann geht's da unten noch ein Zug zu Grün. Den können wir dann auch gleich noch rauslassen. Oh, war's? Der nächste Zug schon angekündigt? Ein Zug zu Grau. Ein weiterer Zug zu Grün. Der hier oben hat einen etwas längeren Fahrweg, würde ich meinen. Oh, das könnte knapp werden, aber... Ja, doch. Schaffen wir schon irgendwie. Ja, doch. Das passt. Wenn wir die Weichen umstellen. Sonst passt das nicht. Perfekt. Da oben kommt der nächste Bahnhof. Zack. So, wir kaufen mal einen zusätzlichen Zug. Da oben möchte er natürlich was zu Grün. Das passt uns jetzt eigentlich so gar nicht. Das kostet uns 9.000 Dollar. Das ist jetzt etwas... Und... Oh, doch. Okay, gut. Er fährt zu Rot. Ich dachte jetzt, der ist für Blau angekündigt. Sonst hätten wir ein richtiges Problem gehabt. So, der Zug möchte zu Rot. Den können wir loslassen. Schicken den über einen etwas ungewöhnlichen Fahrweg. Aber er sucht sich so sein Ziel. Und wir sind quasi zwei Züge mit einmal los. Also das Streckennetz wird ein bisschen entlastet. Da oben möchte er etwas zu Rot. Können wir gleich losschicken. Ist auf einem kurzen Weg. Da möchte er etwas zu Grau. Schicken wir zwischenzeitlich schon los. Die Züge sollten sich ja eigentlich nicht begegnen. Was ist denn das für eine Dampflok? Die ist ja viel schneller. Die müssen wir umleiten. Gar nicht gut. Oh. Gar nicht gut. Wie kriegen wir den jetzt? Zack. Zack. Ach, Mission gescheitert. Schade. Du bist pleite. Dann würde ich sagen, starten wir einfach nochmal neu rein. Ich habe es schon befürchtet. Der Zusammenstoß, der hat das... Mars dann überlaufen lassen. Nochmal neu. So, die Strategie fand ich eigentlich schon ganz gut. Dass wir hier einmal drum herum gefahren sind. Ich möchte nämlich auch mal versuchen, dass wir die Expertenziele jetzt hier alle mit einmal auch abhaken können. So. 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 Zack. Zug zu Grün. Lassen wir schon mal los. Der kann in Ruhe schon mal losfahren. und... Zug Grau darf auch schon abfahren. Ein weiterer Zug für Grau. Der geht direkt hinterher. Weil jetzt können wir die ersten vier, ich sag mal eingekauften Züge schon mal leicht los werden. Es gibt nämlich manchmal so einen kleinen Bug, dass wenn man einen Zug im Bahnhof hat und der Bahnhof danach leer ist. Also jetzt ist ja ein weiterer Zug angekündigt für den Bahnhof. Dass der dann zur selben Farbe geschickt wird. Na gut, jetzt geht es hier wieder zu Grün. Das ist ein bisschen Pech, aber... Oh, da wird ein Zug zwangs abgelassen. Das ist gar nicht gut. Den lassen wir erstmal raus. Dann kommt der andere schon von hier oben. Wie gesagt, als Zwangspfad. Hier unten möchte dann von Grün einer weg. Ja, die haben doch schon mehr als einen zusätzlichen Zug eingesetzt. Oh, oh. Das ist jetzt... Das ist ja jetzt unfair. Wenn die sich mitten in der Station dann einfach begegnen. Ja, 18.000 US-Dollar haben wir hier noch. Ein Zug zu Grün, ein Zug zu Grau. Wenn ich jetzt hier oben den wieder ablasse. Ich wette, dann kommt wieder dieser ganz schnelle Zug raus. Wenn der Zug hier vorne ist. An der Weiche. Dann lassen wir den Grauen los. Jetzt wieder. So. Dann einmal zu Rot. Der möchte aber zu Grau runter. Dann haben wir einen Konflikt. Können wir so nicht losschicken. Wir haben 20.000 Dollar. Können wir da? Ein Gleis für 9.000 bauen. Ja, ich glaube das können wir. So. Zug zu Rot schicken wir schon mal los. Zug zu Blau schicken wir auch los. Das ist ein kurzer Weg. So. Dann möchte ich hier unten einen Zug zu Rot fahren. Dann. 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 Dann warten wir bitte. Bis der. Achso. Dann bin ich zu Rot. So rum. So rum. Zack. Zack. Passt. Dann. Da sind noch ein Zug zu Rot. Hier kommt gerade so viel zu Rot durch. Ich will den hier unten gleich ablassen. Ach, hier kann man keine Weichenverbindungen durchbauen, oder? Das ist jetzt nicht gut. Der fährt da rein, das ist jetzt mal gut, aber der hat keinen Kollisionskurs. Dann müssen wir das so machen. So, okay, das passt dann auch. Gut. So, zu blau. Blau ist da oben. Einmal quer durchs Bild hindurch. Achso, gelb. Ja genau, jetzt haben wir hier oben noch einen neuen Bahnhof mit drin. Lassen wir jetzt so gelb schon mal ab. Ja, du hast sicherlich schon gemerkt, ich bin immer ein Fan von diesen kleinen Gleisdreiecken. Die haben einfach den Vorteil, dass wir die Verzweigungs... Wieso sind wir denn pleite? Konnten wir uns die Strecke nicht leisten? Och Mensch. Schade. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von diesen Gleisdreiecken, weil da haben wir mit relativ wenig Strecke einen doch ziemlich großen Funktionsumfang. Nämlich, dass wir in allen drei Richtungen die Fahrwege bedienen können. Und ja, man sollte dann eben nur darauf aufpassen, dass man genug Geld hat, auch für diese kurzen Fahrwege. Sonst kommt nämlich sowas hier zustande. Ich hoffe trotzdem, dass dir diese Folge aus Train Valley Spaß gemacht hat. Wie immer findest du alle Informationen rund um das Spiel unten nochmal in der Videobeschreibung. Dort kannst du auch, wenn du möchtest, dir gerne das Spiel über den Affiliate-Link bestellen. Damit kannst du gleichzeitig auch den Kanal unterstützen. Ansonsten gerne ein Däumchen nach oben geben, wenn es dir gefallen hat. Den Kanal abonnieren, insofern noch nicht getan. Und natürlich das Glöckchen aktivieren. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.